Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf HilosTV. Es ist wieder so weit, es ist Sonntag. Eine neue Challenge für euch. Mit dabei natürlich der kleine, süße Ehrenmann, Cody. Ich sag's euch direkt vorweg, das ist eine Persiflage. Also nicht denken, dass wir jetzt hier solche Leute sind, die die ganze Zeit nur so quatschen. Wo wir jetzt reinschauen, wir verhaschen das ein bisschen. Ich küsse deine Eier. Diese Challenge ist was ganz Besonderes, was sich da Danny hat anfallen lassen. Danny, diesmal würde ich sagen, darfst du die Challenge mal ankündigen. Ich bin ja sowieso dafür, dass ich das grundsätzlich ankündige, weil ich das besser kann als du. Also es geht grundsätzlich darum, dass wir Lampen in nichts aufnehmen dürfen an Waffen und uns eigentlich nur aus Kisten und von Goblins bedienen dürfen. Sprich, wir laufen eine ganze Zeit lang ohne Waffe durch die Gegend, bis wir die erste Kiste looten können, damit wir endlich kämpfen können. Das ist am Anfang ein bisschen doof, auch fürs Zugucken. Nichtsdestotrotz ist es noch ein schönes Finale geworden. Ich glaube, wir haben trotzdem am Ende 12, 13, 14 Kills zusammen gemacht. Oder 15, 16, 17, 18, ich weiß gar nicht mehr. Richtig, 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 richtig. Ich wünsche euch in jedem Fall ganz viel Spaß. Wir landen heute am Arsch der Welt. Liebe Freunde, da wird es wieder was geben. Auf die Ehre. Ehrenbasis, Bruder. Ich küsse deine Hoden. Was? Emi. Ich bin krank. Ich kann schon mal wegmachen, den Dreck. Ja, chill noch mal deine Base. Weg. Weg damit. Hallo, trocken. Das kann ich nicht trocken. Wieso kann ich das jetzt nicht trocken? Na gut, dann darf ich es halt nicht benutzen. Du hättest heute, ey. Das ist aber auch nervig, dass man jetzt nicht trocken kann, ey. Das habe ich natürlich auch keinen Schwert, aber jetzt kann ich nicht mal mit einem kleinen Messerchen arbeiten. Also natürlich mal richtig asozial, weißt du? Und gleich kommen die Gegner, die wir schmerzen wollen. Und dann die Falle nicht. Lustigerweise ist es halt auch wieder ein Slug, ne? Weil es einfach wieder in der ersten Kiste ein Slug ist. Das ist doch einfach, das kann doch nicht sein. Da kann man mir noch sagen, was man will. Das ist doch, da hört uns Cyrus doch beim Zocken zu. Ja, ich glaube auch, wir haben die ganze Zeit im Mod, der uns beobachtet. Naja, die Hilos, die versuchen wieder Challenge. Alles klar, ich kenne jetzt heute nur noch Slugs. Was, eine Soblin oder eine Airdrop-Challenge? Nein. Nein, heute nicht. So, ich gehe mal kurz ausgucken machen. Mal ausgucken machen. Aber ich sehe nix. Gar nix. Kein Slugmoppet. Reiten mal ein bisschen weiter ins Landesinnere. Ich werde auf jeden Fall mal Richtung Schmiede nochmal, sagen wir mal Pots anschmeißen. Ja, ja, ja. Fälligkeiten und ich muss heute fünf Tränke ausdrucken. Ne, das habe ich schon. Okay, eine Kiste bei Tal, aber die bringt uns jetzt nicht besonders viel. For God's sake. Das sehe ich jetzt auch. Die aktuellen Mix auf uns zu fliegen. Also die Schmiede hier, die wird relativ gut besucht sein momentan, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, da jetzt rein zu füllen. Tränke in allen Ehren. Ehre, ne? Ehre. Bruder, Ehrenbasis. Ich bin so eine richtig dicke, fette Scheißhausfliege, man. Zumal hier am Rumbrummen ist. Am Rumbrummen. Junge, mach ich kaputt. Roll ihn ins Fenster hier. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah, epic. So, wollen wir mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo ein Blattermann rumfliegt. Ist ja auch gar nix. Gar nix, sehe ich am Himmel. Überhaupt nix. Na dann, Jento Nixe. Nicht mal leer, das Flugzeug, sehe ich. und der geld ist ja uns bringt ja jetzt ein goblin wirklich gar nichts weil kriegen ich glaube ja wir müssen versuchen irgendwie zu blocken sonst kannst du es ja und das ist auch zum dritten mal das netz so wo ist die kiste wo ist die kiste langweilige runde ist komplett zum ab wie der läuft da hinten ach doch da ist ein flugmoppelt richtung 345 aber hier ist es aber irgendwie also das geht ja nicht anders und das fliegt genau dahin wo wir waren sind die moment in dem es aufgeblinkt ist es getroffen hast du da den markt gesetzt hätte meine maus aber davor das kannst du dir gerne in dem das ist ein bisschen photoshop diesen ehrensache bruder ehrenbasis ehrenbruder basis oder deine hohen wie du möchtest und das ok dann kriegen wir einen kuss kurz hier raus ist ja noch ein bisschen hoch mit ihr du weckes pferd ach genau ich wollte das pferd noch aktivieren ja ja den ob da weg und das für ein pferd jetzt lass mich mal das ding aufmachen nein es ist eine abaleste verfickte scheiße nächste tour ist direkt vor der nase da kriegst du schon was legendäres sondern es ist eine scheiß aber lässt ich muss die leute nicht zu ungut aber ich hasse diese waffe ich muss wieder mit einem nade launcher rumrennen ich auch kacke nicht so gute waffe gehört dir vielleicht ist ja jetzt ein slug drin sogar zwei kisten hintereinander oder was deine komische die deine säule sieht genauso aus wie die kistensäule du anfänger ey hast du ja bittig oh dass mein pferd wieder explodiert letzte nach ist mein pferd explodiert jetzt hast du ja deine dinge verloren ja die slag 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 ich schlug schlag ich schluck schluck und stark herzlichen glückwunsch also passiert das dann braucht ihr uns nicht zweimal bitten die nehmen natürlich mit das man nehme schmiede ein bisschen was kräft und bisschen dies das anderen als flug ich habe ganz gesehen also ich habe nicht geguckt von i don't know i don't yes i can't english gegner rechts von uns über mir in mir im haus hier müsste der sein ich habe einen feiner zu holen geschossen kann das komplett ziemlich lange spüren so ich bin mir nicht ich habe das trotz waren also gut meiner war sehr schlecht ist ja schlecht war meine auch aber das erste mal das verziehen oder geht das hier der mine wo geht das denn hier hin hallo ist das verwinkelt hier hallo hört mich jemand ich bin ich zum kotzen zum kotzen ich finde ich zum kotzen was finde ich zum kotzen gleich der in kleck wo sind die gegner von den kisten leute von kisten außen könnten wir noch mal kurz checken wir kommen jetzt von hier aus schön auf den hügel hoch um da mal rein zu wohnen sage ich mal dezent einmal so in die ecke zu gucken ich sag ich glaube schon der kaktus ja da ist das ein gegner gegner unten sonne kaktus er hat schon gut getankt unten ist noch einer bei dir oder kann das sagen ja ja ein huhn auch ein huhn ja oh yes in your hands bam ihr seid gefickt in eure kleinen närsche 0 10 danke für eure lieben port ihr süßen kurs geht raus oder dacke habibis habibis und habubus von hier können auch noch gegner kommen ich glaube wir stellen uns mal so ein bisschen strategische schmiede läuft noch schön im osten auf das physische ja gut die müssen ja auch hier lang kommen tatsächlich die unter uns einer hinterm baum ja ja eine müsste fast dauerung sein der hinterm baum steht einer dauerung die wohl auch glaube ich immer so ein bisschen überrascht ich meine die aber lässt du die macht ja schon damage also das ist ja nicht so dass sie keinen schaden macht die macht ja schon damage also es ist ja nicht so dass die keinen schaden macht boah deine mutter ey war das jetzt kurz die übersetzung für die das war jetzt keine ehrenbasis bruder ich küsse nicht deine aus ich küsse deine füße hey komm mal baby ich küsse ich deine füße wie du läufst du hast gesehen ne ja hab ich gesehen ich sehe alles habibis habibis ich schaue mal kurz hier ab ob was kommt aber es kommt nix mir ist das schon wieder ein bisschen am leckenbein hier ist der da gedroppt im ding ja ich werde natürlich die kiste belagern ich denke mal wenn das jetzt keine bots sind werden die da jetzt mal hinreiten das werden keine bots sein ja gegner drin hinten an der säule links an der sinken säule ja das müsste ein bot gewesen sein kräften war noch ein bisschen was ja ok ja vorne vorne komm rein einer reistet ihr weg dann der kiste von rechts ran den nicht mehr noch ein gegner ja einer der ist down hier Richtung Nordhaus ja ich sehe ihn ich sehe ihn ist abgehauen ja ich komme zu dir ich komme zu dir ich komme zu dir die kiste noch mitnehmen ähm ne jetzt sind die zonen rein bevor wir das gleich irgendwie ganz böse abgefangen werden habe ich keinen bock drauf dafür lohnt sich das nicht eigentlich sind wir ja ganz gut ausgestattet du hast den stab ich habe einen bogen wir reiten gerade auseinander ich komme zu dir ah der wird abgehauen sein goblin hier vor der tür jetzt müssen wir aufpassen bitte nochmal eine andere waffe hier ich habe keinen bock äh gegner 345 headshot bitch hier ist ne blitz aber lässt gleich die nehmen oder ja kannst du nehmen eigentlich eine doofe position also eigentlich solange 165 noch clear ist äh noch nicht clear ist unter mir Gegner oben Gegner hat schon gut gefressen unter mir ich bin sicher ein bisschen nach hinten ab der ist weg ich denke mal dass da oben 105 für ein echte gegner sein da die würde ich mal sagen wir gehen ran die sind ganz oben jetzt ganz oben auf dem hügel wo wollt ihr hin leute auf eine andere welt oder was was das für eine ehrenbasis ist ja langsam ein dicker gehen passt immer von links immer noch ein gegner da haben häuschen 60 müsste ein gegner noch sagen der reich da oben ja ich sehe ich ein treffer noch ein treffer ja von oben kommen runter die holen sich den glaube ich aber weil wir warten mal kurz ab was sie machen wenn ihr jetzt nicht angreifen gegen büro die schon mal in position du noch mal hier als support die werden sich das huhn holen jetzt ja wir können angreifen ich habe das schlecht hast du es junge haha haha ja wir können die mein gott war schon ganz schlechte ja unter uns da ist es das ist das so fest wahrscheinlich das ist die challenge wir haben sie im sag ja wo ist das denn ganz hingeflogen weiter unter uns unter uns ja ein baum und hinter baum ja so schnell geht das du haben wir unserer ehre allen ehrenbasis auge geküsst oder wie sagt man das jetzt denn ja diese challenge ist abgeschlossen ich hoffe es hat euch gefallen und wie immer heißt es falls es euch gefallen hat lasst einen daumen da gerne auch einen kommenter und gerne auch weitere ideen für neue challenges wir sehen uns nächsten sonntag auf jeden fall bis dahin ich küsse eure eier das schneide ich raus